Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 23. Juni 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 1029. Heute mit den folgenden Themen. Anchor ist ein A, genau, Spatial Audio, Apple Pay, Lego Super Mario, Google und Homey. Zuerst beginnen wir mit Anchor und die sind wirklich ziemliche Armleuchter oder besser gesagt das, was davor ist, nämlich Spotify. Spotify hat den Dienst ja vor einiger Zeit gekauft. Zum einen haben sie zwar das Podcasting in Anführungs- und Schlusszeichen, wenn man es auf Spotify-Art macht, einfacher gemacht für ein, zwei Nutzer oder ein paar mehr. Aber eben, das war noch nie wirklich richtiges Podcasting, weil Podcasting setzt auf ein RSS-Feed auf als grundlegende Basis mit einem Audio angeknüpft. Und genau dagegen möchte jetzt Spotify vorgehen. Denn bis anhin konnte man den RSS-Feed automatisch rausgeben lassen. Den macht man jetzt bei Spotify einfach mal weg und den muss man separat aktivieren. Und das gibt dann ziemlich schnell grössere Probleme. Zumindest wenn man ausserhalb von Spotify dann das jeweilige, in Anführungs-Schlusszeichen, Podcast oder ich sage dem Audio-Spotify-Getöns anhören möchte. Und schöne Entwicklung und ich sage schon lange, Spotify macht unser Podcast-Ding kaputt. Und das geht wahrscheinlich leider nicht mehr lange. Dann geht es weiter mit Apple Music. Die haben bei Spatial Audio etwas Neues angekündigt. Und zwar, die Musik, die ihr so hören könnt, bekommt nächstens auch die Head-Tracking-Funktion. Das im Herbst mit iOS 15 und iPadOS 15. Nämlich die Möglichkeit, dass wenn ihr euch im Raum bewegt, die Musik entsprechend rundherum kommt. Also wie bei der Kinogeschichte, also bei der Filmgeschichte, wo sie sich schon umgesetzt haben, kommt das dann auch für die Musik, für diejenigen, die das möchten. Dann geht es weiter mit Apple Pay und da gibt es wieder mal Neues vom Deutschen Bundestag. Eigentlich im 2019 schon mit einem Gesetz verabschiedet, aber ein bisschen lasch oder nicht gerade zielführend formuliert. So, dass Apple dennoch anders handeln konnte, als man sich da beim Bundestag gedacht hat. Und deshalb will man das Gesetz aus dem Jahre 2019 jetzt wieder revidieren. Aktuell steht das zur Debatte, dass Apple NFC komplett öffnen muss. Ich hoffe, wenn überhaupt, dann nur in Deutschland. Und aber bitte, nee, lass mir doch das bisschen Technik, das da so gut funktioniert, auch weiterhin gut funktionieren lassen. Dann geht es weiter mit Lego und Super Mario sowie Luigi und dem Bowser. Das gab vor, ich glaube, es ist auch schon wieder zwei Jahren her, so ein neues Spielset, womit man Mario spielen konnte, eben auf Lego-Basis. Und das System wird jetzt erweitert. Per Software kommt das Luigi-Set und das Bowser-Luftschiff-Erweiterungsset mit dazu. Es folgen dann per 1. August dieses Jahres noch weitere Erweiterungen, wie zum Beispiel der Frosch-Mario-Aufzug und der Bienenaufzug etc. Das ganze Ökosystem wird da ausgeweitet. Dann geht es weiter mit Google und auch hier kommen wir dieses Mal nicht Deutschland, sondern die EU. Denn ich glaube, ich habe es schon mal angestreift, da wird jetzt ein Kartellverfahren eröffnet oder man möchte in die Richtung was eröffnen, da wo Google mit den Verlagen in Konflikt kommt. Da bin ich mal gespannt, was dabei herauskommt. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Neuigkeit zu all denjenigen, die ein Homey sein Eigen nennen. Homey ist so eine Smart-Home-Schnittstelle oder Zentrale, die so ziemlich jeden Standard spricht. Neu spricht sie auch die aktuellere Version von Z-Wave, nämlich die S2. Z-Wave bekommt damit ein stabileres und weitreichenderes Z-Wave-Signal hin und hat auch noch sonst ein paar Dinge nachgebessert im Bereich der 433 MHz, 868 MHz im Zigbee und Bluetooth Low Energy Bereich. Und neu können in den Flows, das sind die Automationen auf dem Homey, den Lautsprecher starten und stoppen mit dem Abspielen etc. als Trigger verwendet werden. Finde ich cool, werde ich nächstens ausprobieren. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Poccipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.